hallo herzlich willkommen hier auf dem kanal die mir jetzt mal sehen challenge break in der mittlerweile schon 76 folge und was über die zeitpunkt geht es ist bald schon wieder die 80 folge leute ab der 80 nur 20 folgen dann liebe wohl challenge und saftiger sieg für mal gucken werden ja jose ich freue mich schon auf die aufs ende von der challenge weil ich bin gespannt wer gewinnen wird und ich habe schon eine idee was der kollege als bestrafung machen müssen ich weiß nicht schon was ich machen muss wenn ich verliere also hey was denn nicht so sicher denkst du ehrlich dass ich dir die richtige challenge sage ja ich muss facecam kaufen nix einfach was kaufen muss ja auch noch was machen du brauchst denn sage ich dir nicht sind sie gerne ne jetzt ist es ja kein challenge ich meinst du kannst dich ja darauf vorbereiten hä lol ist ja logik johin ich bin nicht es ich bin ach sie mit ihrer halle ich hoffe es wird ein griff ins klo ich hoffe sie fallen gleich ins klo alter du auch katzlisch warf wie viel haben sie noch ein paar tausend sanz ist meilig 50.000 50.000 nur noch ja ich verarschen ich habe noch 200.000 ich habe nur maschinen gekauft ich habe nur 4000 euro auf dem konto so Ich kann überlegen, was ich machen kann, ich kann eigentlich noch mal eine Runde bringen Jojo, der Kollege mit seinem Kredit Weil mir auch wieder schön dreist mein Feld weggekauft wurde, weil ich mir nicht kaufen wollte Um sich kein Geld dazu, ich kann es nicht beleidigen Nö, das ist so, ich wollte es mir kaufen und es wurde mir einfach weggekauft Bin ich schon frech Hat man sowas Karma? Sowas nennt man durch seine... Ja, weiß schon Bescheid Okay, was du da vorne deinen kleinen Popelstreifen angesegt kriegst Sagt der, der bloß nicht meinen Kredit noch zurückgezahlt hat Ich hab meinen Kredit zurückgezahlt Ja, ja Ist also, ich hab nur 200.000 Ich bin vorher 250 Ich bin durch ihre Sojabohnen durchgefahren Ja, dann Schalatz, Alter Sind erntereif übrigens Kleiner Tipp Hey, das wird ja abgedroschen dann später Mit dem Bison oder was? Keine Ahnung, ich hab's dem LU in Auftrag gegeben Ja, wo? Das ist ein Traktor, der kann auch mal durch den Wald fahren Jetzt haben sie es doch mit dem anderen Trischer noch fertig getroschen Doch nicht wie ein Bison Hat er in der Arbeit ganz umsonst Mhm Jo 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 mhm nicht mal schwarten jungen liegen nämlich ja das muss ja noch machen ich bin aber gerade so zu viel eingespannt deswegen ja 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 was bist du angespannt ich habe dich nur da ohne am hof umsehen hey muss ich habe gerade angesehen und gedüngt jetzt muss ich auch für zum l oder anhänger hinstellen und dann kann ich mich um schwarten können so 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 haben sie sich wieder für ein Problem. Jetzt bin ich gespannt wie der rückwärts fahren will. Wer denn? Lawin. Warum muss er dann gemacht? Da steht er mit dem Dresser. Das Gute ist, der steht mir die Zeit, der steht dir die Zeit. Weil der soll ja bei dir dreschen. Das heißt im Endeffekt 0-0 Situation. Jo Jo, das stelle ich sinnen aber in Rechen. Das könnte jetzt eine Lu in so Richtung stimmen. Jetzt ist es blöd sein rückwärts zu fahren. Das ist blöd. 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 Aja. jetzt mach das doch im sturm was auch nach wo kam will nicht mal jetzt So, dann ist das fertig, dann aufhören. Das ist so ein Schwacken, Alter. So, jetzt kriegt er einen. So, kids, man will über das Feld ab, tut man. So. So, dann bisschen, 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 bisschen. dann werden wir oben noch schwadern und dann werden wir das Ganze 1-0 mein Kollege ja wo waren sie jetzt wieder ich muss kurz was lernen ah ok war eine falsche Richtung jo aber dann war es das auch schon wieder mit der Folge schaut es heute jetzt 19 Uhr wieder vorbei der Herr Kollege wird sich auch noch verabschieden und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis dann macht's gut ciao tschüss ciao tschüss